Schießt nicht? Okay. Aber wenn du hier in Overwatch gehst, müsstest du da hinschießen können. Das heißt, er weckt jetzt nicht die nächste Runde auf. Was zwar schön wäre, aber ich will halt lieber sicherstellen, dass kein einziger verdammter Terminator stirbt. Overwatch. So. Overwatch, Overwatch. Du. Dahin, nach da drehen. So. Warum kannst du nicht flambieren? Ah, es ist jetzt nicht schön. So kannst du flambieren. Es ist nicht gut. Es ist ganz und gar nicht gut. Warte. Mach das mal aus. Du gehst mal einen Schritt zurück. Du. Hä? Du kannst das Feld abbrennen und das da, aber das vor dir nicht? Das ist alles sehr komisch. Ähm. Ja, ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber ich mach's mal so. Kann ich die ganze Zugnummer neu machen? Äh. Restart Mission kann ich nur. Oh, nö. Lass mal. Äh. Da ist zu viel, viel gelaufen. Wir brauchen auch Aktionspunkte über für die Ladehemmung. Also nö. Du bleibst jetzt einfach da im Gartenmodus. Und wir hoffen, dass wenn einer durchs Feuer läuft und überlebt, er ihn angreift und nicht ihn. Weil er hätte echt ein Problem. Aber ja. Das war's jetzt. Oh, weia, 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 weia. Dieses Mal kann eindeutig was schief gehen. Na, die gehen nicht freiwillig durchs Feuer. Erster Kommand. Die Maschinen-Spirits haben antwortet, meine Wurzeln. Oh, nö. Warum hast du nicht vorher geschossen? Bin ich jetzt auch noch ihnen? Okay. Zwei, drei, vier. Dürfte noch angreifen, glaube ich. Also, die Genestealer haben drei Würfel und er hat einen Würfel plus eins. Haben wir Glück gehabt, würde ich sagen. Und eins, EP. Willst du mich veräppeln? So. Du stell dich jetzt mal richtig hin und brenn mit den ganzen Gang lang. Genauso wie wir es vorher auch vorhatten. So. Nee, lieber sowas für alle erwischen. Der da vorne lebt noch. Das ist nicht gut. Das können wir auch nicht wirklich gut machen. Und der Weg ist blockiert und er kann gar nichts tun. Von da hinten kommt was. Und wenn wir uns drehen, dann... Warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Der wird nicht angreifen können. Aber ich kann jetzt was testen. Ich kann jetzt in den Gartenmodus gehen und gucken, ob wenn ein Gegner sich vor ihn stellt, aber nicht angreift, ob er dann angreift im Garten. Und wenn wir das rausfinden, hat die ganze Mission wenigstens einen Sinn gehabt. So. Du hast da einen Blip. Warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Blip, Wurf, sieben. Wenn du da stehst, müsstest du okay sein. Das heißt, diese Runde laufen wir noch weg. Damit wir den nächsten aufhecken können, damit der auch noch stirbt. Menno. So. Ja, Ladehemmung beheben müssen wir nirgends. Also können wir auch den Eintrumpfballern. Entern. Gucken wir mal, ob der Flammenwärfer stirbt. Ah, der tut da. Garantiert. Der kann jetzt viermal angreifen. Oh, warte mal. Der kann jetzt weitergehen und nochmal angreifen. Oh. Das kommt jetzt unerwartet. Ja, sehr schön. Jetzt bist du auch nicht mehr im Garten-Modus. Das heißt, unser Versuch kann nicht mehr durchgeführt werden. Das sieht echt mies aus. Ich denke mal, ich werde dieses Mal zum ersten Mal eine Mission vergeigen. Angriff. Du. Ich hoffe, wir müssen uns nicht rumdrehen. Nee, müssen wir nicht. Okay. Da kommt noch ein Blip. Die Tür ist zu. Tür ist auf. Geh da hin. Ja, er hat echt ein Problem. Du. Aufwecken. In hier. So, jetzt haben wir wenigstens einen Sergeant. So, du. Hast nur vier Punkte und ein Command Point. Also stellst dich da hin, guckst nach da. Gehst in den Garten-Modus. Und dann hoffen wir einfach mal, dass die Klingen sehr, sehr gut sind. I stand my ground. So, du. Drehst dich zur Tür. Damit hätten wir jetzt zwei Terminatoren, die mit ihm das Gebiet verlassen könnten. Das wäre mal ein richtig mieser Sieg, ja? Äh, ein Turn. Nein, haben wir... Ja, wir haben. Garten-Modus bei ihm angemacht. Äh, wird nicht angezeigt. Und, und, und. Let's die. Oh, komm schon. Ja, Guard allows Reroll of Dice. Trotzdem verhauen. Also, es liegen noch zwölf und wobei. Das heißt, theoretisch könnte man es noch schaffen. Was zur Hölle machst du da? Ähm. Die können die verwundeten Terminatoren permanent töten? Oh, das wäre nicht gut. Das wäre ganz... Ein CP neu würfeln. Ja, schon besser. Also, du da kümmerst dich um alle, die von da kommen. Und du kümmerst dich darum, dass du einfach zu einem Terminatoren kommst, die aber gleich beide tot sind. Ähm, dann haben wir die Mission vergeigt. So, du. Einen Schritt vor. Eins, zwei. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, er kann auch bis hier gehen. So. Du gehst da hin, guckst nach da. Gehst dann in Overwatch und hast ganz viele Punkte über für... Oh. Oder so. Na komm, kannst du noch einen Schritt zurückgehen. Dann sind wir noch immer eins. So. Overwatch. Ähm, wir haben aber noch einen neuen Psi. Okay. In turn. Mal gucken, was die jetzt machen. Ob die wirklich die töten können. Dann haben wir sowas von Problem. Oh, 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 oh. Macht kaputt. Oh, 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 oh. Dreierblib. Das sieht echt nicht gut aus. So, sechs CP. Erstmal schön. Doom. Ähm, mach kaputt. You shall be cleansed. Mhm. Mal schauen. Ich will nicht noch mehr Dinge zerbrauchen. Er muss nur eine fünf oder sechs würfeln, wenn das Ding da drüber ist. Und der kann hier jetzt mal zwei Würfel würfeln. Wir haben jetzt schon dreimal geschossen. Na gut. Overwatch. Das heißt, wir haben uns gerade jetzt kein Feld vorwärts bewegt. Und der Gegner kommt immer näher mit immer mehr Leuten. Ja. Ja. In turn. Was haben wir denn? Zwei hier, ein da. Drei da. Ein Blib noch hier. Wir werden jedenfalls jede Menge von denen mitnehmen. Aber das war's dann auch. Schultern, schultern, schultern. Sehr effizient soweit. Was werden immer mehr? Aber die kommen wenigstens alle von einer Seite. Das ist dann... Das... Wir kommen nicht mehr alle von einer Seite. Obwohl doch, sie werden alle durch eine Tür gehen. Zeig mal her. Fünf ist okay. Jo, die werden alle durch die Tür kommen. Denke ich. Was zur Hölle macht der da bei dem Terminator? Ähm... Joa. Du gehst mal... Da hin. Du gehst so... Nein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gucken wir mal nicht da hin. Okay, du stellst dich da hin. Dann gehst du hier overwatch. Das heißt, er geht gleich hier hin. Ne, ja genau, du. Du kannst mal Punkte verballern. Okay, geh mal da hin. Und weck den auf. Kannst du schräg aufwecken? Ja, sehr schön. Ähm... Okay. Das heißt, du musst jetzt einfach nur alles töten, was den Gang der langkommt. Mit zwei Command Points. Können einen umwandeln. Ja, das mach ich. So. Damit er jetzt drei Punkte hat, um Ladehimmungen zu beheben. Weil er kommt echt viel. Intern. So. Dreierblip. Ich glaube, wir lassen ihn einfach stehen. Einzige Haken ist halt der Gang da. Weil theoretisch könnten die hier oben ja einfach da abbiegen. Na, oder sie biegen da ab. Ja, ist auch nicht schlecht. Das wäre richtig übel, wenn der Computer dazu lernen würde. Noch ein Blip. Drei CP. Da wollen wir nichts riskieren. Warte mal, du gehst da hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Du machst einfach die Tür auf. Und gehst vor. Moving ahead. So. Da kommen jetzt auch welche. Okay, das heißt, du... ...gehst da hin. Objective locked. Wollen wir dich mal hierhin zurückziehen? Ne, er muss den ganzen Gang abdecken. Sonst wird das nichts. Du gehst einfach nur um. Noch kann dich keiner angreifen in der nächsten Runde. Ist alles okay. Du gehst da rein, bringst den um, wächst den auf. Und dann versuchen wir uns einigermaßen geordnet, dahin zurückzuziehen. Ist hier nicht wirklich weit. Und wir haben noch einen Sargen, um neu zu würfeln von denen da. Also ja, das könnte was werden. Und ich bin versucht, den einfach umzubringen. Mit dem Ding da. Treib sie. Ja, komm. Ah, nur was er sehen kann. Ja, okay, das macht Sinn. Dann sind wir fertig. Gucken, was die da machen. Weil die werden hier durchkommen. Dann muss er die nächste Runde umbringen. Und danach in den Walsch gehen. Ja, Lorenzo. Du bist ein Sargen. Ich hast keinen großen Hammer. Oh. Dafür kann die Kamera keine Ladehemmung haben. Zweite Ladehemmung. Ich glaube, wir hatten nur drei Command Points über. Das könnte der letzte Command Points sein. Und das sind noch ein paar. Und? Kann er nicht beheben? Ne, jetzt kommt er alle durch. Das wird zäh. Das wird richtig zäh. Ein CP. Ne, da würfel ich mal neu. Danke. Also wir hätten gern so einen richtig dicken Psy-Sturm. Damit erwischen wir. Erlebt gar nichts mehr. Ne, hier ist am besten. Könnten wir vier erwischen. Und bei der vier Plus killt es. Also 50-50.